hey leute und willkommen zu einer neuen runde minecraft bad wars mit mir dem torben wir spielen heute auf dem map vulcano größe 4x4 die kommen in letzter zeit echt häufig dran auf dem gombo server und ja der hohen marcus wieder dabei der ist mir nachgejoint also diesmal ist nicht mehr mit einer party erstmal einfach hinterher gejoint und das kann natürlich jeder von euch machen weil das vollkommen okay ist so kann ich dann halt auch mit euch spielen und dann geht das dann ist das machbar ich habe jetzt keine lust dem zu antworten ich spiel jetzt erstmal wollte ich lieber erstmal in die mitte mein lieber danach können wir über solche dinge quatschen und los geht's so müssen uns hier nämlich ein bisschen beeilen weil in die mitte zu kommen das erste gold sie zu schnappen das ist erstmal wichtiger ich glaube ich habe eine ungünstige position zu meinem mikrofon ich setze mich da einmal anders hin so das ist schon besser so sollte es eigentlich besser sein zumindest denke ich dass es so besser ist so ich kann mir alles hier rausholen 14 18 20 8 du kacke wie kann man den nerven so schreiben ich wollte schon sagen das hat ja schon weh in meinen augen ich dachte schon daher beherrscht diese person die deutsche rechtschreibung nicht richtig ist nicht richtig kann man da eigentlich gar nicht sagen beherrscht die gar nicht weil wer da kein augenkrebs kriegt wenn man nervt mit f schreibt das ist aber nicht so angenehm so los geht's let's go into the middle end also wir werden nicht lang in der wette verweilen welche nicht halten will ich will direkt teams zerstören das ist das einzige was ich vorhabe kreators renn weg hier du lässt dir mal bitte ganz schnell in ruhe sondern nicht mit mir auch wenn der o gott jetzt kommen sie von allen seiten der kami vom alter ist seit ich glaube ich habe sie ausgetrickst eine schreibt schon help was geht mir jetzt auf ok er schreibt tanks alles klar vielleicht hätte sich nur selbst wehgetan und wurde nicht von irgendjemandem bedroht so wir bauen hier direkt mal damit jeder aus jedem team wirklich hier direkt den weg zu team blau findet ok und dann bringen wir hier ich hoffe es reicht von den blöcken einfach und man hat nur so getan der zigeuner ich wollte mich erst hochbauen aber dann dachte ich mir versucht es einfach mal so viel wie die schreiben und nicht aufpassen aber er hat daran gedacht er hat daran gedacht oh das war knapp ein schnuckelchen fast richtig da mit meinen händen erwischt und dann wärst du am dran gewesen wie jetzt das habe ich jetzt nicht verstanden hat er mit ihnen da wieder mit dem bogen weggeschossen wer auch immer das war habe ich mich umsonst kaufen was ist das denn jetzt schon wieder hier wie soll das denn jetzt hier funktionieren spitzhacke muss man sich jetzt davon kaufen weil hier eine einfach so einen richtigen bullshit gebaut hat so dank marco dass mir alles geklaut hast so wenn da wenn man hier schon eine treppe hochbaut dann baut man eine richtige treppe ok ich habe keine richtige treppe gehört weil ich einfach keine lust habe so lange zu sparen bis ich beziehungsweise hier so viel zeit mit zu verschwenden bis ich hier eine richtige treppe bauen kann ich hole mir jetzt noch essen dann noch eine chestplate und dann warst du das ich weiß gar nicht wie mir überhaupt eine ach scheiße so eine chestplate die also kann man besser sparen so jetzt müssen wir aus dem blau vernichten weil das wird zerstören und das war gerade gar nicht so schwer da rennt auch schon rot dahin ich glaube es ist der xx draggy xx oder der am pro egal wer es ist ich werde ihn jetzt unterstützen mit meiner anwesenheit genau wie der marco ach komm schon leute irgendwo hier danke danke so um marco am coming with you ab hier an es das ist mit dir okay lol jetzt not fair jetzt prädigung unfair und ja das war mein kill so damit wir jetzt nicht den fehler machen und zu überheblich werden es gibt noch ganz viele spieler müssen unbedingt zurück zu unserer base und so war es das gleich mit unserem bett habe ich nicht so viel bock drauf wenn ich ehrlich bin okay wir sind in dem mittel hier liegt richtig viel stüttel hat sich auch wunderschön gereimt okay ich hoffe der am pro ist jetzt nicht an unserer base das verbitter let's see i think not all right am pro ist tot das heißt wir kaufen uns jetzt hier nach kommen einem bogen die runde ging unerwartet schnell sechs minuten dann lass mal versuchen hier direkt ach so ich komm einfach einen neuen rekord ich glaube die habe ich ja schon mal nach diesem ultra reset gewonnen wir haben jetzt einfach keine chestplate aber ein bogen läuft bei uns da ist noch ein blauer wie ich sehe den kann ich nur mit hilfe von humaco tot prügeln ohne seine hilfe wird das nichts surprise motherfucker ich wurde okay das war unnötig geopfert eventuell aber auf jeden fall hat der eine jetzt nur noch richtig schwach leben da kann nun marco jetzt mal schnell tot sparen den ein blauen der drüber stand habe ich übrigens richtig spät erst gesehen okay einer ist weg das heißt nur noch einer und dann noch zwei grüne aber ich denke das sollte kein problem sein zack ein grüner ist schon mal weg wurde von einem bauern bitte jetzt vernichten die sich auch noch gegenseitig umso besser da erleiden wir noch nicht mal verluste hier denn das ganze können uns hier einfach hinsetzen und zuschauen quasi nur dass wir irgendwann auch mal einschreiten müssen halt und das ganze beenden müssen so einen bogen habe ich auch wieder am start team blau wurde also vernichtet das ist doch schön so nur noch team grün ein spieler lol warum nur noch einer auf einmal ach ja stimmt der eine grüne wurde getötet okay die saure zitrone hat einen von uns sich geschnappt hier du kannst ein gold haben bitteschön kannst ja auf dem bogen sparen dann kannst du auch noch diese chest nein den leder hemmel die kann hier rein zack zack ich bin der kipp leute ready to rumble ready to go ready to come from over here from my base ähm so war das jetzt mal in ernst man nein wofür habe ich mich denn so lange gequillt alter das kann ja wohl nie wahr sein hua hua das ist traurig leute hat man ein bisschen mitleid mit mir upsala egal ich mache den aber so fertig hauptsache ich krieg den also ich will auf jeden fall da jetzt mitwirken wenn er stirbt ich möchte nicht einfach so unbeteiligt hier in meiner base hocken in unserer base hocken und nichts alles klar jj ich habe einfach null kills läuft ja leute ich würde mal sagen die runde war ziemlich cool und kurz wenn ihr wollt lasst du mal ein like da ich mache jetzt keine like begrenzt keine like grenze rein what the fuck keine ahnung wie man das nennen soll keine like vorgabe ähm wenn ihr bock habt liked und um nichts zu verpassen könnte ich natürlich auch gerne abonnieren darüber würden wir uns natürlich am meisten freuen ähm dann verpasst ihr nichts mehr von uns denn immer wenn wir ein neues video hochgeladen haben kriegt ihr dann so eine kleine benachrichtigung ja wie gesagt ich hoffe es hat euch gefallen dann bleibt mir nur noch zu sagen ich hoffe dass wir uns morgen wiedersehen und bis dahin ciao ciao haut rein und uns oder auch